Wenn man in Pfeidra eingeloggt ist, ist es möglich, Objekte hochzuladen. Wichtig ist, zuvor die Rechte für ein Objekt zu haben, bevor man es dort hochlädt. Ein auf Pfeidra hochgeladenes Objekt kann nicht mehr gelöscht werden, aber es kann die Ansicht auf ein Objekt gesperrt werden, die Metadaten bleiben weiterhin sichtbar. Um den Upload zu starten, wählt man in der Registerkarte Neues Objekt. Nun werden verschiedene Objekttypen gezeigt, welche hochgeladen werden können. Ein Format gewählt, erscheint nun ein Upload-Fenster, wo lokale Dateien ausgewählt werden können. Sobald der Upload gestartet und abgeschlossen ist, öffnet sich der Metadaten-Editor. Nun ist es einfach, Schritt für Schritt die Metadaten einzugeben. Weitere Informationen gibt es in dem Video und im Dokument zu Metadaten. Wichtig ist allerdings zu sagen, dass Felder mit einem Sternchen Pflichtfelder sind. Sobald alle Metadaten eingegeben sind, wird auf dem Button Fertig – Metadaten mit Objekt speichern geklickt. Der Upload ist abgeschlossen und man gelangt zur Detailansicht des neuen Objekts. In der Detailansicht kann man ein Objekt auch weiter bearbeiten. Man kann den Metadaten-Editor erneut öffnen. Oder man kann Berechtigungen verteilen, zum Beispiel für bestimmte Nutzergruppen. Auch hierzu gibt es weitere Infos in dem entsprechenden Video bzw. Dokument. Außerdem ist es möglich, eine neue Version der Datei hochzuladen und somit die alte zu ersetzen. Die alte bleibt jedoch im Versionenverlauf sichtbar. Zum Upload der neuen Version öffnet sich wiederum das bekannte Upload-Fenster. Die unterschiedlichen Versionen können in dem Dropdown-Menü in der Detailansicht angezeigt werden. Wichtig zu sagen ist, dass für jede neue Version auch ein neuer Identifier in FIDRA erstellt wird. Man kann allerdings alte Versionen in der Sichtbarkeit einschränken, damit nur noch die neue Version in der Suchmaschine auftaucht. Dateien, welche in FIDRA hochgeladen und deren Sichtbarkeit nicht beschränkt wird, sind weltweit sichtbar. Untertitelung des ZDF für funk, 2017